Alles klar. Nächste Szene. Willst du schon sehen, guck mal. Das war schon. Ja, das können wir so, wenn wir jetzt so vielleicht ein bisschen mehr Hass. Ich meine, hier geht es um eine Spezies. Ja, es geht um einen Planeten. Das muss man... Ihr wisst, was ich meine. Passt bitte auf, dass ihr euch nicht die Augen ausstecht. Ja, wir sind nicht versichert. Wie versteht man das Ding jetzt auch weit weg? Ja, ich glaub halt hier einfach. Nein. Na, ja? Nein. Guck mal, wenn wir hier und hier sind, muss man vielleicht irgendwie da? Nee, ich glaub wirklich hier. Schau mal. Dann rufe ich so gleich was ab. Und hier ist ein Stand-by-Lock. Ich... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Vielleicht... Ja, das kann man so nehmen, ja. Ich schau mal. Ja, ja. A Courtney Ich Bin. Vielen Dank.